Seitdem ich Kind bin, male ich schon Bilder und die Menschen haben das gut gefunden, meine Familie und meine Freunde. Und es ist für mich so eine Passion, etwas, was ich liebe. Die Idee, selbstständig zu sein, war immer schon da, aber den endgültigen Anstoß hat mir meine kleine Tochter gegeben. Sie hat sich eine Wanduhr mit einem Einhornmotiv gewünscht und die gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Also sagte sie, Mama, du kannst doch malen. Warum machst du die Uhr nicht selbst? Heute designe ich Wanduhren für Kinder und Erwachsene und versende sie mithilfe von Amazon in die ganze Welt. Die Technik ist sehr wichtig in meinem Business, weil ich mache ja Wanduhren für Kinder und es ist wichtig, dass die leise sind, dass die im Kinderzimmer nicht gestört werden beim Schlafen. Das Feedback der Kunden auf Amazon ist sehr wichtig, weil man dadurch Informationen bekommt, was sich der Kunde wünscht, was man noch verbessern kann, wie das Produkt im Endeffekt aussehen soll und wie es optimal aussieht.